Ahoi und herzlich willkommen zu unserem neuen Format AIDA News. Ich bin Yves und ich möchte euch alle nützlichen Informationen rund um unsere kunterbunte AIDA-Welt zukommen lassen. Die Themen unserer ersten Sendung sind Winterreisen 2021-22, die Erreichbarkeit im AIDA-Kundencenter, die Best Pizza at Sea und natürlich das Buffet. Es ist wieder da. Während sich hier der Sommer langsam dem Ende neigt, verlängern wir die Sommersaison für euch um ein Vielfaches mit attraktiven Destinationen, wie zum Beispiel der Karibik, dem Orient, dem Mittelmeer oder den Kanaren. Natürlich finden all diese Reisen unter unseren bewährten und funktionieren Sicherheits- und Hygienekonzepten statt. Eurerseits resultieren daraus zahlreiche Fragen. Was ist mit Impfvoraussetzungen oder was ist auch mit individuellen Landgängen zu beachten? Die Lage ist komplex und sie ist deshalb komplex, weil sie sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Das eine sind die jeweiligen Länder, in die wir reisen und deren Ein- und Ausreisebestimmungen. Das zweite ist der Flaggenstaat und das dritte natürlich dann am Ende die jeweilige Heimat. Was machen die jeweiligen Länder, aus denen wir kommen, zum Thema Ein- und Ausreise? Wir stehen mit allen Behörden und Entscheidungsträgern im engen Kontakt und sollte es hier neue Erkenntnisse und Details geben, lassen wir euch diese umgehend und direkt zukommen. Das nächste Thema haben mir meine Kolleginnen und Kollegen aus dem AIDA Kundencenter mit auf den Weg gegeben. Es geht um unsere Erreichbarkeit. Sicher habt ihr festgestellt, dass ihr derzeit ein wenig länger auf eure Antworten warten müsst, als ihr das aus der Vergangenheit von uns gewohnt seid. Das ist natürlich auf der einen Seite auch der hohen Dynamik der aktuellen Situation geschuldet. Einreisebestimmungen, Bordleben etc. All diese Themen verändern sich. Jede Frage von euch ist uns wichtig und wir versichern euch, dass eine Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen fast rund um die Uhr damit beschäftigt ist, all diese Themen abzuarbeiten. Wir bitten allerdings auch um Verständnis, dass es manchmal nicht zielführend ist, ein und dieselbe Frage auf mehreren Kanälen an uns zu richten, weil es am Ende nur dazu beiträgt, dass sich die Wartezeit weiter verlängert. Vielleicht findet ihr eine Vielzahl an Antworten auf eure Fragen schon auf unserer Landingpage aida.de slash Urlaubskompass. Hier haben wir alle nützlichen Informationen rund um das Thema Ein- und Ausreisebestimmungen, auch Impfvoraussetzungen oder alle Informationen rund um das Thema Bordleben für euch zusammengefasst. Ein Blick lohnt sich in jedem Fall, weil es sicherlich schon einen Teil der Fragen beantworten kann. Sollte es gezielte Informationen und Anpassungen geben, lassen wir euch diese natürlich direkt zukommen. Ich danke im Namen aller Kolleginnen und Kollegen für euer Verständnis und freue mich natürlich auch in Zukunft auf eure Anregung. Es gibt ein neues Spezialitätenrestaurant auf Aida Luna. Ihr kennt es vielleicht noch als Pizzeria Mare, so ist es jetzt Best Pizza at Sea. Und was erwartet euch hier außer der besten Pizza auf den Weltmeeren? Es gibt natürlich passende, leckere italienische Vorspeisen bis hin zu klassischen italienischen Desserts. Also es ist für jedes La Dolce Vita Schleckermäulchen etwas dabei. Und vielleicht noch für diejenigen unter euch, die jetzt nicht auf Luna unterwegs sind. In Zukunft auch geplant für Aida Diva und Aida Bella. Wir bleiben kulinarisch und die gute Nachricht in dem Zusammenhang, das Buffet-Restaurant ist zurück. Was genau bedeutet das? Ganz wichtig, an Bord all unserer Schiffe seid ihr in unseren Buffet-Restaurants wieder herzlich willkommen. Und hier heißt es, raussuchen und schlemmen nach Herzenslust. In eurem Buffet-Restaurant der Herzen angekommen, heißt es erstmal Hände desinfizieren bzw. Hände waschen. Anschließend sucht ihr euch euren Lieblingsplatz aus, wo der Kellner noch einmal ganz kurz eure Bordkarte einscannt, um im Falle eines Falles die Kontakte nachvollziehen zu können. Und damit sind alle Voraussetzungen für das Buffet erfüllt. Ihr geht zum Buffet und dort heißt es dann im Uhrzeigersinn angefangen bei den Vorspeisen. Hier wartet eine große Auswahl an vorportionierten Vorspeisen auf euch. Hier sucht ihr euch das Gläschen oder die Vorspeise raus, die euch beliebt. Gerne auch eine zweite oder dritte. Auch bei den Hauptgerichten könnt ihr eure Teller so zusammenstellen, wie ihr möchtet. Also auch hier habt ihr alle Möglichkeiten, eure Teller entsprechend zu gestalten. Auch beim Dessert wartet eine große Auswahl an bereits vorportionierten Desserts auf euch. Beim Bier und auch bei den Softgetränken wird euch jeweils angereicht. Das heißt, auch dieses Getränk nehmt ihr dann mit zum Platz. Am Platz selbst warten auf euch Rotwein und Weißwein als auch Wasser, still und mit Gas. Und damit ist eigentlich alles gesagt, was man heute an unseren Buffet-Restaurants beachten muss. Eurem Genuss steht nichts im Weg. Wir wünschen eine gute Zeit und vor allen Dingen guten Appetit. Das war unsere erste Ausgabe von AIDA News. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne in die Kommentare. Und wir sagen Ahoi und bis zum nächsten Mal. Ahoi und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.